Einen wunderschönen guten Tag Freunde, heute nochmal ein kleines Ründchen aus dem Stream gestern, ne, da waren ein paar nette dabei. Diese Runde war schön mit Wingman und Hemlock, ne, ein schönes Beispiel dafür, warum die Hemlock durchaus eine gute Waffe ist, für die Leute, die denken, äh, scheiße Burstfirewaffe, äh, scheiße Singleshotwaffe. Mittlerweile mag ich die ganz gerne und man kann da durchaus was mit reißen. Manatros ist Dropping Solo. Ego. Ja, manchmal dropp ich das schneller, als wenn man alle zusammenkommt. Wenn man besser in den Spawn kommt. Ein Team ist direkt vor uns, das heißt, oh, die gehen da gar nicht rein, lol. Okay, dann gehen wir ja auch hier rein. In the Navy. Oh, scheiße. Bleib, lass doch. Keine Mauer am Weg. Oh, warte, das ist zu. Einen hab ich. Ja, weil ich nicht wollte, dass der Gegner hier, dann kommt auf einmal der mit der ganzen Muni hier im Moment. Es tut mir leid. Mh. Oh, hier steht er. Leider Amor, by the way. Oh, loo. Hä, was für Amor? Ja, was ist okay. Da oben. Wart's hier. Äh. Hast du den gedowned da oben auf dem Bunker? Irgendjemand? Oh, wer schießen wir denn da? Oh, was ist der da? Was ist der dominiert? Die Havoc, die kann schon ordentlich Recoil aufbauen, ey. Oh, ich hasse das, ne? Immer noch dahinter, zwei Stück. Keine Ahnung, ne? Ciao. Hehe. Ach, lass das doch mit der Tür. Bin mir nicht ganz sicher, was ich spielen will. Ob ich die Runde wirklich Peacekeeper R300 spielen will? Eigentlich n... Äh, ne. Oder? Da liegen auch noch Wingmans, wenn wo die Muni war. Hm, hm, hm. Zwei Stück. Aber eigentlich nehm die Wingman. Also, äh, wobei. Na komm. Nehm wir noch die Wingman. Das ist ein Mosambi-Knepper, mein. Du hast das gleiche. Oh, Shots. Ja, daneben lag halt Heavy-Emma, deswegen hat's nicht verwirrt. Jungs, Shots. Moment, ich mach's einfach ganz anders. Hemlock Wingman, easy. Äh, irgendwo aus der Richtung, mein ich, kam grad Shots. Wollen wir nochmal da hin? Ja, natürlich, hinterlos. Da hinten kommt jetzt auch ein Drop. Jetzt können wir... Lass wir jetzt erstmal die hier vorne abholen. Okay, okay. Ich markiere den Drop, das muss ich nicht vergessen. Ja, ja. Kann sein, dass der Fight jetzt gerade vorbeigegangen ist. Hört sich so an, auf jeden Fall. Einer U-Low, bei mir hier. Okay, close. Ja. Er hat einen Airstrike hier hingeschossen und haut gerade ab. Hier vorne irgendwo. Direkt vor mir. Hier bei mir. Down. Hinter dir. Hinter mir? Was, wo? Ach da. Hier hier. Hier vorne. Da war aber noch close bei mir einer, oder? Oder hat einer von euch mit einer Wingman geschossen? Down. Down. Ja, da weiß ich noch gar nicht was geben. Wuhu. Die... Ja, ja, alle tot. Wuhu. Noch mehr. Die hier hinten. Ja. Ist da runter gejumpt. Oh, das war falsch. Bin gleich soweit. Ich mutier' gerade mal ein bisschen. Der Blattort hat keinen Shield mehr. Und fast kein Leben. Oh, fuck. Na, warum hat das so lange da? Ach so, ja. Nevermind. Oh, geil. Ein goldener Rucksack. Die sind, äh... Hier bei dem Engpass durch, wo wir durchkamen. Da. Oh. Äh, Dingens. Ne, äh, ne Rave direkt vor uns gepusht. Gleich, klar, was halt. Spread down. Okay, Leute, haben Prozage. Wuhu. Sind wir jetzt beide bei euch, oder was? Einer. Ach, komm. Scheiße, man. Warum hatte ich den denn nicht? Der hat ein lilas Schild hier noch, wenn jemand Bock hört. Ich brauche. Folgt mir. Auf zum... Ich bin aber Alex. ...Kills machen. Ich hoffe, die Subline hier durch. Äh, bei mir close? Meine, ich hab was gehört? Ja, Subline. Die sind oben zum Haus. Oh, okay. Okay. Von daher? Jupp. Let's go. Hinterm Haus anscheinend. Einer's down. Street Break. Hinterm Haus. Down. Ah. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Och, man. Jetzt hab ich den letzten nicht mal mehr gesehen. Scheiße. Ich hab meinen Holoscope irgendwo gedroppt. Kann das? Oder hatte ich noch keins? Aua. Oah, faul. Was mach ich denn? Sind geflohen. Okay. Hatte ich n... Hatte ich n... Ich hatte doch n Holo. Hat das einer von euch zufällig genommen? Nope. Von Holo. Ja, ja. Oder nicht? Hier, das... Das goldene... Gibt sein Gold nicht. Doch, das Holoscope. Hä? Von wo? Dem Alter. Alter, der tut weh mit der... Mit der Longbow, ey. Na also, geht doch. Uff. Was hier passiert? Just us now. War's next? War das nice, okay. Warum bist du gedaunt? Gibraltar. Ach so, lol. Ich hol dich eben. Ich hol dich eben. Ja, ich hab eventuell was nicht mitbekommen. In the Navy. In the Navy. Warum hab ich den Ohrwurm von dem Scheiß-Lied. Verdammt. Ich hab das doch nicht ge... Ach, Karneval. Ah, ja. Irgendein Zug wird das am Laufen gehabt haben. Ziemlich safe. Wo werden der nächste Ping mal bitte, Alex? Achso. Ja, gut. Äh. Ja, holt mich schon, ne? Ja, ja. Ich hab ihn schon. Ich muss nur die hinhalten, bis ich mein Stuff hier habe. Achso. Weil da kam... Ja, da oben. Da oben auch. Ja, ja. Hab's gesehen. Er hat über die Mauer gepiekt gerade. Hä? Achso, du Schitzel. Ah, Schitzel. Könnten die hier im Dingens sein? Im Tunnelrichtung. Ja, ne? Könnten die sein, aber ich hab zwei Grad zurückzunehmen im Haus. Die laufen sind. Ja, sind nach hier. Im Haus? Er hat geultet. Oben auf dem Dach. Da vorne. Ich hitte nix. Da hinten noch. Low. Hat fast Shield Break. Die haben alle Sniper, ne? Anscheinend. Naja, obendrauf werden jetzt Spaß haben. Einer hat runtergerutscht. Gar nicht. Ja, hier unten ist auch einer am Start noch. Hier ist einer. Irgendwo. Ist der da hochgesippt? Ne. Down. Hinter mir. Immer nach oben drauf. Ist down. Äh, ist nicht down. Aber slow. Ja, ich mach den. Warten war einfach hoch, oder was? Ja, ja, ja. Jo, ist down. Oh, jetzt ist auch einer. Hallo, down. Nice. GG. Gute Wunde. Jopp. Kann man wohl so sagen. Hemlock. Geile Waffe. Just saying. Nicht meins. Ich kann die schon ganz gut leiden mittlerweile. Krass.